Hier habe ich einmal den Po-Trainer von Bodyfight. Dieser ist dafür da, um deinen Po zu trainieren. Ich zeige euch mal kurz, wie man ihn am besten anbringt. Einfach hinten auf die Haut, in der Mitte, andrücken, glatt streichen und er hat einen super guten Halt. Für einen noch besseren Halt kann man einfach eine dünne Leggings oder eine Shorts drüber ziehen. Zur Bedienung einmal hier oben auf Andern drücken, dann beginnt er direkt in der ersten Intensitätsstufe von 15. Diese sind auch sehr intensiv. Regeln kann man die mit der Plus- und Minus-Taste. Eine Klinikseinheit dauert 25 Minuten.